dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, wir danken und lobpreisen erstmal Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah, azzawajal, erwähnt wird, dann sollte das Herz von einem Muslim sich immer freuen, denn Allah ist sein Herr, Allah wird über ihn entscheiden, Yawmul Qiyamah. Und das Beste, was wir machen können in diesem Leben ist, dass wir unsere Beziehung zu Allah, azzawajal, bessern, bevor wir überhaupt über die Schöpfung Allahs nachdenken. Viele Leute sind damit beschäftigt, den Menschen zu gefallen, aber du solltest Allah, deinem Herrn, gefallen. Subhanahu wa ta'ala, der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, hat in einer umstrittenen Überlieferung, die Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, durch die vielen Überliefererwege als sahih klassifiziert hat, so sagt der Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Derjenige, der die Zufriedenheit der Menschen anstrebt, während er dabei Allah unzufrieden macht, so ist Allah unzufrieden mit ihm. Derjenige aber, der die Zufriedenheit Allahs, azzawajal, anstrebt, selbst wenn die Menschen zornig auf ihn sind, so wird Allah mit ihm zufrieden sein. Allahu akbar. Das ist unser Maßstab, liebe Geschwister, dass wir Allah azzawajal gefallen. Eine Frage, die Leute, die wir heute zufriedenstellen im Haram, komm, mach uns eine Hochzeit mit Sujuk Tarkan Musik und dieser ganze Bauchtanz und so weiter und so fort. Wir sagen ja, wir wollen keinen Ärger mit den Leuten. Wir wollen nicht, dass sie böse auf uns sind. Wir wollen nicht, dass sie zornig sind. Aber wir nehmen in Kauf, wen es auch nicht zu machen. Allah azzawajal. Was war der Hadith? Der Hadith ist, wenn du die Menschen zufriedenstellst, aber du stellst dabei Allah unzufrieden, so ist Allah mit dir unzufrieden, subhanahu wa ta'ala. Leute kommen zu dir und sagen dir, komm, lass uns tanzen gehen, richtig einen abdänzen. Gibt es hier eine Braunschweiger Dance-Lokalität, oder? Alhamdulillah, ihr wisst natürlich von nichts. Auf jeden Fall, du sagst sie, nein, ich gehe nicht. Die Leute sind mit dir unzufrieden, aber wer ist mit dir zufrieden? Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wollen immer wen zufriedenstellen? Allah. Auch wenn die Menschen unzufrieden sind, das ist nicht unsere Belange, wenn sie unzufrieden sind. Wer auf dem Weg Allahs ist, der ist rechtgeleitet. Und wer nicht auf dem Weg Allahs, azzawajal, ist, der ist irregeleitet. Wir wollen zu den Rechtgeleiteten gehören. Möge Allahs, azzawajal, uns immer auf diesem Weg bewahren. Und möge Allahs, subhanahu wa ta'ala, uns nicht von diesem Weg abrücken lassen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir wollen es heute auch nicht zu lang machen. Wir müssen nicht jedes Mal eineinhalb Stunden oder sonstiges machen, insha'Allah ta'ala. Heute werden wir vielleicht nur eine Stunde, 20 Minuten machen, statt eineinhalb Stunden. Aber damit ihr auch, insha'Allah, auf eure Kosten kommt, haben wir ein sehr, sehr schönes Programm für euch heute vorbereitet. Und zwar werden wir reden über Al-Ghuraba. Wer kann mir sagen, was bedeutet Al-Ghuraba? Jemand, der nicht Araber ist? Bist du Araber? Dann du nicht. Die Fremden. Allahumma barik. Fühlt ihr euch fremd? Wer kann den Nasir? Ghuraba? Er kommt. Wir sind auch bereit, ein Mikrofon rauszugeben. Du? Kannst du? Oder was? Ja, bestimmt. Mach mal. Zwei, drei Millisekunden. Das ist unser... Das ist Al-Ghuraba. Unser ehemaliger Sänger. Allah, subhanahu wa ta'ala, hat seine Worte geändert. Von Jahiliyat zu Islam. Alhamdulillah. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, ihn bewahren, seine Familie bewahren, ihn das höchste Paradies geben und ihn mit Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, versammeln. Allahumma amin. Rhuraba, keine Angst, wir werden nicht singen, sondern wir wollen über die Rhuraba sprechen, biizhnillah ta'ala. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, dass die Propheten wahre Männer waren. Was waren die Propheten? Wahre Männer. Ibn Abbas, und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Er berichtete uns, dass wenn manche Propheten zu ihren Völkern kamen, haben nur drei oder sehr wenige ihnen gefolgt. Vom gesamten Volk. Und er sagte, der Gesamte, sallallahu alaihi wa sallam, manchmal kam ein Prophet und niemand unter den Leuten folgte ihm. Ihr müsst euch vorstellen, es kommt ein Mann, ein Prophet, ein Auserwählter und niemand will ihn folgen. Obwohl die Leute wissen, dass er die Wahrheit spricht. Aber ein ganzes Volk lehnt sich dagegen auf, diesen Propheten zu folgen. Warum? Weil sie sind hochmütig. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns auch die Angelegenheit von Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam, wo er uns sagte, Sie sagten zu Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wer? Die Muschrikun, die Götzendiener. Sie sagten, oh du, der angeblich die Offenbarung bekommen hat. Den Koran bekommen hat. Du bist doch wahrlich ein Verrückter. Allah ist gut an mit euch. Allahumma bat. Ja, das habe ich den ganzen Tag zu Hause. Deswegen bin ich eigentlich hier. Aber hier setzt es sich fort. Was sagten sie? Oh du, dem angeblich. Subhanallah. Was meinten sie mit diesem Wort angeblich? Haben sie an ihn geglaubt? Sondern sie haben mehr oder weniger sich über ihn lustig gemacht. Du bist doch nichts anderes als ein Verrückter. Allahu akbar. Wenn du wahrhaftig sein willst, dann kommst du mit den Engeln herab. Schaut mal, subhanallah. Das war auch eine üble Art des Benehmens von diesen Muschrikun, von diesen Götzendienern. Also, Allah hat uns das doch zur Prüfung gemacht, an ihn zu glauben. Was denkt ihr, wenn Allah Engel herabgesandt hätte? Wäre die Angelegenheit klar? Wäre die Angelegenheit klar? Sie wäre klar. Jeder hätte geglaubt. Aber gleichzeitig, wenn Allah, subhanallah, die Engel herabgesandt hätte und diese zu den Menschen gekommen wären, dann hätten sie gesagt, ja Allah, wie sollen wir denen folgen? Das sind Engel, das ist eine andere Schöpfungsart als wir. Wir sind nicht so gut und so rein wie die Engel. Habt ihr gemerkt, welch übles Herz diese Leute besessen haben? Sie wollten gar nicht der Wahrheit folgen. Und deswegen sagten sie, komm mit den Engeln herab, wenn du tatsächlich wahrhaftig bist. Allah, azzawajal, hat einen einzelnen Mann gesandt. Wen? Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er wusste nicht, wer ihm folgen wird. Er wusste nicht, wie das Volk auf ihn reagieren wird. Er wusste nicht, ob man ihn sogar töten wird für diese Botschaft. Aber er wusste eine Sache. Diese Botschaft ist von Allah. Allahu akbar. Diese Botschaft ist von Allah. Niemals bin ich in der Irre und rufe die Leute in die Irre. Warum? Allah hat mir diese Botschaft herabgesandt und ich folge nichts anderes als der Rechtleitung. Ja, achi. Hast du nicht einmal darüber nachgedacht? Du folgst einer Rechtleitung von Allah. Sprich, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung Allahs. Als Allah gesagt hat, Die Juden und Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, ja, Muhammad. Bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Bis du ihren Glauben annimmst. Dann kommt die nächste Ayah. Sprich, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung Allahs. Das heißt, bemühe dich nicht, Leuten gefallen zu wollen, die sowieso kein Gefallen an dir finden werden. Sondern bemühe dich, was zu tun, der Rechtleitung Allahs zu folgen. Das ist unser Manhaj. Das ist unser Weg, unsere Methodik, liebe Geschwister in der Religion. Menschen interessieren uns nicht. Seien es auch unsere Väter und unsere Mütter, wenn sie uns auferlegen, verpflichten, dass wir etwas anderes anbeten außer Allah. So gehorchen wir ihnen nicht. Warum? Weil Allah der Einzige ist, der über uns bestimmen darf. Subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der uns diesen Stolz und diese Izzah nur durch eine einzige Sache gegeben hat. Durch was hat Allah uns diesen Stolz gegeben? Nur durch den Islam. Hört, was Omar ibn al-Khattab radiallahu an sagte. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte über Omar. Und die Überlieferung ist authentisch. Auch wenn manche Gelehrte sie kritisiert haben. Er sagte, Das ist die Stellung von Omar. Und dieser sagte einmal zu Abu Ubeidah ibn al-Jarrah. Er sagte, Wir waren ein erniedrigtes Volk in der Jahiliyyah. Warum? Wir waren keine Muslime. So hat Allah uns Stolz gegeben durch den, ich will euch hören, durch den Islam, durch Rap, durch die Rapmusik, durch diese üblen Vorbilder, die heute unsere Jugendlichen Tag ein Tag ausfolgen. Du siehst Poster von unseren Jugendlichen an ihren Wänden, von irregegangenen Leuten. Wallahi in seinem Handy. Anstatt, dass er irgendetwas vom Islam auf seinem Handy im Hintergrund macht. Was macht er? Ein Fußballspieler. Ein Tennisspieler. Irgendein Spieler. Und dieser vergisst, dass sein Vorbild eigentlich niemand anderes sein sollte außer Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Wir waren ein erniedrigtes Volk in der Jahiliyyah. So hat Allah uns Stolz gegeben durch den Islam. Solange wir diesen Stolz durch etwas anderes erwerben wollen, wird Allah uns erniedrigen. Ich frage euch eins. Wenn ihr durch die gesamte muslimische Welt schaut, wem folgen die Leute dem Vorbild von Mohammed sallallahu alaihi wa sallam oder dem Westen? Dem Westen. Was denkt ihr, warum folgen sie dem Westen? Warum folgen unsere Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, dem Westen? Warum? Nein. Vielleicht soll es jetzt meinen eigenen Gelüsten nicht folgen. Die Westen machen das Fleisch da. Ist nichts Falsches? Sie wollen? Den Leuten gefallen? Wirtschaftlichem Interesse? Sagen wir es mal ganz klar, sie haben Minderwertigkeitskomplexe. Wollen wir über die Wahrheit sprechen? Sie haben Minderwertigkeitskomplexe. Wenn einer diese Risse vom Islam, den Stolz die Ehre im Herzen hat, wird er sich von jemandem beeinflussen lassen, der in der Irre ist? Niemals. Wallahi l-Azim. Niemals. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte von Abdullah ibn Khadaifi. Radiallahu anhu wa Allah. Dieser liebige Geschwister wurde gefangen. Und so hat der König damals in seiner Zeit befohlen, dass er getötet wird. Aber bevor er getötet werden sollte, sagte er zu ihm, Tanassa werde Christ. Abdullah ibn Khadaifi hat ihn gesagt, niemals. Dann hat dieser König beauftragt, dass Abdullah ca. 20, 30 Meter entfernt von den Bogenschützen aufgestellt werden soll. Und sie haben alle ihre Pfeile auf ihn gerichtet, aber der König sagte, trifft ihn nicht. Und das waren Leute, die geschult waren, die auf ihn geschossen haben. Und er wurde nicht getroffen, aber die Pfeile gingen haarscharf an ihm vorbei. Leichte Situation? Eine leichte Situation. Denn wenn du einmal getroffen wirst, das war es dann. Als der König gesehen hat, dass Abdullah nicht von seinem Weg abgewichen ist, so hat der König befohlen, dass Abdullah in eine Zelle gebracht wird. In dieser Zelle wurde er ausgehungert. Er bekam nichts zu essen und zu trinken, außer Schweinefleisch und Alkohol. Und so blieb er und blieb er einige Tage. Abdullah radiyallahu anhu wa adha. Wir haben seine volle Geschichte erzählt, wem sie interessiert. So kam der Hunger. Und ihr wisst, der Hunger, Allahul Musa'an, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Bittgebet gesprochen hat, Allahumma inni a'udhu bika min al-Kufri wal-Faqr. Oh Allah, ich nehme Zuflucht. Ich suche Schutz bei dir vor Al-Kufr, Unglaube und Al-Faqr. Das heißt, die Armut, weil beides kann zusammengeführt werden. Wer arm isst, ist auch zugänglicher für den Kufr. So sandte der König eine Person zu Abdullah. Dieser sagte zu ihm, warum isst du nicht? Du bist hungrig. Er sagte, Wallahi, ich weiß, dass Allah mir in dieser Situation erlaubt hat zu essen. Warum? Weil es ging hier um was? Um Leben oder Tod. Allah Azza wa Jalla sagt, was euch verboten wurde, ist was? Einmal Al-Maita, die Tiere, die unislamisch geschlachtet wurden. Zweitens, das Blut. Drittens, das Schweinefleisch. Wer aber in einer Zwangslage sich befindet, so liegt keine Sünde auf ihm. Hätte er es essen können? Er hätte es essen können. Und er sagte zu dem König, Wallahi, ich weiß, dass ich es hätte essen können, aber ich will euch nicht eine Freude in euren Herzen geben. Was machte der König? Er schickte ihm eine Frau herein, in die Zelle. Es war eine der schönsten vom Volk. Nackt kam sie in seine Zelle herein. Als sie gesehen hat, dass Abdullah überhaupt kein Interesse an ihr hat, so kam sie heraus und sagte zu den Leuten, habt ihr mich zu einem Stein hereingeführt, der keine Gefühle hat? Habt ihr mich zu einem Stein hereingeführt, der keine Gefühle hat? Und so ist sie herausgegangen. Dann hat man befohlen, dass Abdullah rauskommt aus der Zelle. Und so hat der König einen riesen Ölkessel aufstellen lassen mit heißem Öl. Und er sagte zu ihm, Tanassa, werde Christ. Abdullah hat es verweigert, Christ zu werden. So hat der König zwei von den muslimischen Kriegsgefangenen herholen lassen. Und er hat sie beide hereingeworfen. Und ihr wisst, in diesem heißen Öl werden die Knochen vom Fleisch getrennt. Abdullah fing an zu weinen. Der König hat gesehen, dieses ist jetzt mein Moment, wo das Herz von Abdullah weich geworden ist für den Kuffer. Dann sagte er zu ihm, das hat dich gerührt. Willst du jetzt den Kuffer aussprechen, das Christentum annimmt? So sagte Abdullah, ich weine nicht. Weil mein Herz für euren Glauben schlägt. Sondern ich weine, weil ich weiß, ihr werdet mich hereinwerfen. Und ich habe keine hundert Seelen, die alle eine nach dem anderen hereingeworfen werden sollten, um für Allah zu sterben. Ezzah. Stolz. Islam. Wo finden wir das? Wo? Heutzutage, der Muslim wird gefragt, ist Homo sein erlaubt? Er sagt, ja natürlich. Warum? Er will keine Probleme. Er nimmt es auf, mit wem mit? Mit Allah Azza wa Jal. Aber er fürchtet wer? Er fürchtet wen? Er fürchtet die Kuffar mehr als Allah Azza wa Jal. Was widerwärtig ist, ist widerwärtig. Ganz klar. Und ein Muslim weiß, welches Gebot von Allah Azza wa Jal herabgesandt wurde. Und das ist in allen Religionen verboten, liebe Geschwister. Daher denkt daran und versteht diese Sache. Sie werden uns versuchen unter Druck zu stellen. Sie werden versuchen, dass wir den Koran entfremden, abändern, verändern. Wallahi billahi tallahi. Und ich schwöre einen kräftigen Schwur. Lieber sterben wir, als dass wir das machen. Allahs Worte sind die heiligsten und die besten Worte. Und niemals ist ein Muslim bereit, die Religion zu ändern für irgendjemanden. Sei er, wer er ist. Allah ist der Herr über alle Menschen. Und niemand von diesen Leuten kann uns unser Risk nehmen, unsere Versorgung nehmen. Und niemand von diesen Leuten kann uns unser Lebensalter nehmen. Allah ist der Einzige, der schon alles für uns geschrieben hat. Und wer den Menschen vertrauen will, so sind die Menschen da. Aber wer auf Allah Azza wa Jal vertrauen will, Allah ist der Lebendige, der niemals stimmt. Suche dir aus, wer dein Herr ist. Die Menschen oder Allah Azza wa Jal. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er wusste nicht, was wird auf ihn zukommen. Er kam zu einem Volk heraus, die ihn abgelehnt haben, liebe Geschwister. Wie viele Leute, wie viele Leute waren es, die ihn abgelehnt haben. Aber Subhanal Malik, dieser Prophet, er wusste eine Sache. Er ist mit der Rechtleitung zu den Leuten herausgekommen. Und schaut und seht euch um. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hat jetzt über zwei Milliarden Anhänger. Über zwei Milliarden. Hat sich seine Arbeit gelohnt? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, er zeigt dir manchmal den Lohn weit, weit, weit nach deiner Arbeit. Mach deine Arbeit und der Lohn kommt von alleine. Biiznillah, ist Samir Ali. Daher sollten wir wissen, diese Wörter, die sie den Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt haben, du Verrückter, du Zauberer, du derjenige, der den Verstand verloren hat, diese Wörter waren keine Ablehnung im eigentlichen Sinne. Auch wenn sie sich so anhören, diese Leute wussten, er ist der Gesandte Allahs. Sie wussten es. Aber was hat sie dazu gebracht, ihn abzulehnen? Einzig und alleine ihr Kibir, ihr Hochmut, liebe Geschwister. Subhanallah, was für eine schwere Zeit. In dieser Zeit gab es nicht viele Muslime. Es gab nicht viele Muslime. Aber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, er wusste, das ist der Auftrag von Allah. Ich führe ihn aus. Komme, was kommen wollte. Komme, was kommen sollte. Er sagte, Allah wird mich beschützen. Und wenn Allah beschützt, so wirst du niemanden finden, der ihn bekämpfen kann. Eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wie viele Jahre verweilte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam unter seinem Volk? Wie viele? Als Prophet. 23 Jahre. Gab es Leute, die ihn töten wollten? Ja oder nein? Es gab sie. Haben sie es geschafft? Wer hat über alles sie Macht? Allah Azza wa Jal. Sie wollten ihn töten. Sie haben versucht, ihn zu vergiften. Die Juden haben zweimal versucht, ihn zu vergiften. Eines Tages, als er bei ihnen eingeladen war. Und er ist zu den Juden gegangen. Das war die Barmherzigkeit von Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur weil andere Leute nicht Muslime sind, heißt das nicht, dass man kein unislamisches Benehmen ihnen gegenüber zeigen sollte. Nein. Rasulullah ist zu ihm gegangen. Und er ist auch zu einem Jungen gegangen, der kurz davor war zu sterben. Das hat er gemacht. Aber was haben sie ihm vorgelegt? Sie haben ihm ein vergiftetes Stück Fleisch vorgelegt. Als er es essen wollte, was haben wir gesagt? Wer schützt? Wer schützt? Allah Azza wa Jal. Als er es essen wollte, er war gerade dabei, hat Allah das Stück Fleisch sprechen lassen. Allah kann sprechen lassen, was er will, subhanahu wa ta'ala. So hat er es nicht gegessen, der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam. Niemand konnte ihm etwas antun. Warum? Weil Allah auf ihn aufgepasst hat. Und so sollst du wissen, wenn Allah mit dir ist, wer soll gegen dich sein? Wer soll gegen dich sein? Und Allah wird dir eine Erleichterung bringen. Du wirst wegen deiner Religion, wallahil adim, das muss so sein, du wirst Probleme bekommen. Ich hörte von einem Bruder, letztens, möge Allah Azza wa Jal ihn segnen, er sagte zu mir, er kennt einen Bruder in der Türkei. Dieser ist auch auf dem Weg von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Möge Allah uns nur auf dieser Gruppe befestigen. So hat er Probleme bekommen. Bis sogar zum Schluss ein Haftbefehl gegen ihn erstreckt wurde. So ist dieser Bruder in den Wald abgehauen und hat dort drei Monate im Wald verbracht. Die Brüder kamen immer zu ihm und haben ihm Essen besorgt. Rizk von Allah. Rizk von Allah Azza wa Jal. Mariam radiallahu anha, um Isa, als sie noch klein war im Zimmer, So hat sie Allah Azza wa Jal angebetet, von morgens bis abends. Kullama dakhala alaiha Zakariya, wajada indaha Rizqa. Kala, ya Mariam, anna laki hatha. Kala hua min indillah, inna allaha yarzuku mayyasha. Zakariya, der Prophet, alaihi salatu wassalam, er kam zu Mariam herein. Und er hat es nicht geglaubt. Er sagte, von wo hast du diese Versorgung? Rizk, die Tafsir-Gelehrten sagen, im Sommer hat sie Winterfrüchte gehabt und im Winter hat sie Sommerfrüchte gehabt. Woher hast du diese Versorgung? Sie sagte, es ist von niemand anderem außer von Allah. Er versorgt, wem er will. Subhanahu wa ta'ala. So haben sie ihm Essen gebracht in den Wald. Drei ganze Monate musste er darum bangen, dass man ihn in das Gefängnis hereinbringt. Und die Brüder haben sich um seine anderen Papiere gekümmert. Und nach drei Monaten wurde dieser Haftbefehl aufgeholt. Alhamdulillah. Inna ma'al usri. Nach der Erschwernis kommt Erleichterung. Ist das die richtige Übersetzung? Was ist die richtige Übersetzung? Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Damit Allah dich auch nicht so lange prüft, subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Was für ein Unterschied zwischen nach der Erschwernis kommt die Erleichterung und mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Liebe Geschwister, es gab nicht viele Muslime, die sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeschlossen haben. Was sagt dir warum? Warum gab es nicht viele Muslime? Und warum gab es vor allen Dingen keine Heuchler in Mecca in der Anfangszeit? Warum? Bitteschön. Es gab keine Heuchler, weil die Zeit in Mecca sind verschieden gewesen. Die Zeit war eine sehr, sehr üble, schwere Zeit für jeden Muslim, der an Allah und den jüngsten Tag geglaubt hat, weil er wurde entweder getötet oder gequält. Um welcher Heuchler würde so etwas mitmachen? Die Heuchler kommen nur, wenn es etwas mitzunehmen gibt. So kamen sie nicht in Mecca heraus. Aber jeder einzelne Muslim, der den Islam angenommen hat zu dieser Zeit, musste damit rechnen, dass er getötet wird. Subhanallah. Eine Frage an euch. Müssen wir in diesem Land damit rechnen, dass wir getötet werden? Überhaupt nicht. Aber warum haben wir Angst? Wir haben mittlerweile Angst vor uns selbst. Wir schauen in den Spiegel und sehen einen wertigen Muslim. Wir sagen, oh, ich habe Angst vor mir selber. Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hat Männer hinterlassen. Männer, die diese Ummah führen sollen. Die nichts mehr und größer und gewaltiger schätzen als Allah, azzawajal. Diese Männer hat Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, erzogen und gelassen. Oh, wallahi billahi tallahi. Hätte Allah, azzawajal, nicht die Sahaba, jeden Einzelnen von ihm zum Mann gemacht, wären wir heute Muslime? Eine Frage an euch. Wären wir heute Muslime? Keiner von uns. Sie haben alles gesagt und getan, damit die Wahrheit nach außen ankommt, sei es auch, dass es ihr Leben kostet. Aber schaut, subhanallah, wie gewaltig wird ihr Lohn sein bei Allah, azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Die Leute, sie haben den Islam angenommen, trotz ihrer Angst. Aber ich will euch eine wichtige Frage stellen. Und wir lieben euch für Allah, azzawajal und möge Allah, azzawajal, jeden Einzelnen hier in das Paradies eingehen lassen. Warum hat keiner Riddah gemacht in der Zeit? Warum hat keiner den Islam verlassen? Warum? In so einer schweren Zeit. Bitte. Also was war das infolgedessen? Es war ihre volle Überzeugung. Ich zweifle manchmal an unsere Überzeugung. Und ich wiederhole den Satz noch ein. Ich zweifle manchmal an unsere Überzeugung. Ihr wisst, wir sind schon seit ca. 17 Jahren in der Dawah. Möge Allah, azzawajal, uns die Dawah nicht verwehren. Wallahi, wir haben Fälle gehört. Als der Mann sich von der Frau getrennt hat, hat die Frau alles abgemacht. Ihr Hijab abgenommen. Und mit der Trennung hat sie auch den Islam gelassen. Gerade. Hat sie für Allah den Islam angenommen? Sondern für ihren, als es Schluss war, war auch Schluss mit dem Islam. Das ist die Wahrheit. Und es gab genauso Männer. Wallahi, sie sind keine Männer. Möge Allah uns und sie recht leiten. Diese haben den Islam den Rücken zugedreht, als etwas im Leben falsch oder schief gelaufen ist. Und wären sie Leute, die Verstand besessen hätten. Und wären sie Leute, die verstanden hätten. Dann wüssten sie, Allah prüft sie nur eigentlich. Warum? Weil er sie liebt. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte in Allah ta'ala, iza ahabba qauman ibitalahum. Die Überlieferung ist bei At-Tirmidih. Fa man radiyya falahu rida wa man sakhita falahu suh. Allah, wenn er ein Volk liebt, dann prüft er sie. Und wer die Prüfung akzeptiert, passt auf, die Übersetzung ist, wer die Prüfung akzeptiert. Nicht einmal, dass er mit dieser Prüfung zufrieden ist. Weil zufrieden ist noch eine höhere Stufe. Eine höhere Stufe. Wenn du nur die Prüfung akzeptierst, sagst, das ist meine Prüfung, möge Allah mir Geduld geben. Mehr nicht. So ist Allah mit dir zufrieden. Und wer unzufrieden ist mit der Prüfung, so ist Allah zornig auf ihn. Schaut mal, als Allah diese Person geprüft hat, ursprünglich, warum? Weil Allah ihn eigentlich liebt. Aber er hat die Liebe Allahs umgewandelt in Zorn. Hätte er verstanden, aber wir sollten uns alle Leute wahren wahrhaftig gegenüber Allah. Was uns anbelangt, der Islam ist wie ein Kleidungsstück. Wenn uns der Islam nicht passt, was machen wir mit dem Kleidungsstück? Dann legen wir es ab. Und wenn wir doch wieder etwas bekommen, ein Risk, dann dienen wir Allah. Ich sage dir, oh Diener Allahs, du dienst nicht Allah. Du dienst nur deinem Gelüst. Wenn es gut läuft, dann nimmst du den Islam an. Und dann tust du etwas für den Islam. Wenn Allah dich aber prüft, dann sinkt deine Liebe gegenüber Allah. Du liebst nicht Allah, du liebst nur den Maßstab. Und damit verbindest du Allah. Bekomme ich was, ist mir Allah lieb. Wird mir etwas genommen, so hasse ich Allah. Oder ich bin unzufrieden mit dir. Das ist ein großes Problem, das bei vielen Leuten existiert. Das bei vielen Leuten existiert. Hudayfa, er sagte, die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Hudayfa, er berichtet, wir waren mit dem Gesandten. So sagte er zu uns, er fasst, wie viele Leute den Islam angenommen haben. Das heißt, sagt mir, welche Anzahl von Leuten, von Sahaba da ist, die den Islam angenommen haben. Oh Gesandter Allahs, machst du dir Sorgen um uns? Hast du Angst um uns? Dass mit uns etwas passiert? Und wir sind zwischen sechs und siebenhundert Leuten. Was waren sechs oder siebenhundert Leuten im Vergleich zum Volk? Überhaupt nichts. Was sagte Rasulullah zu ihnen? Innakum la tadruna laallakum an tubitalau. Ihr wisst nicht, möglicherweise wird Allah euch prüfen. Möglicherweise wird Allah euch prüfen. Deswegen, ja ich war. Wir wünschen uns nicht die Prüfung. Warum nicht? Weil ein Muslim weiß nicht, ob er diese Prüfung besteht. Wir wünschen uns vielmehr, dass wenn Allah uns prüft, er uns was gibt. Geduld. Sabr. Dieser Sabr wurde neunzigmal im Koran erwähnt. Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, sagte aufgrund seiner außerordentlichen Stellung. Das Gebet selber wurde wie oft im Koran erwähnt. Wie oft? Sechstundachzigmal. Denn auch das Gebet braucht Geduld. Braucht das Gebet Geduld? Hätten sie doch nur weitergemacht mit dem, was ihnen auferlegt worden ist. Das heißt, ihre Pflichten. So wäre es besser für sie und stärker in ihrem Glauben. Das ist ein Beweis, dass wenn du an einer Sache dran bleibst, was passiert mit deinem Glauben? Er wird stärker. Allahu Akbar. Was sagte Rasulullah? Er sagte, vielleicht wird der eine oder andere von euch geprüft. Was sagten die Sahaba? Sie sagten, فَبَتُلِيَنَا حَتَّ جَعْلَ الرَّجُلُ مِنَّ لَا يُصَلِّ إِلَّا سِرَّا So wurden wir tatsächlich geprüft, bis keiner von uns, die wir den Islam angenommen haben, öffentlich gebetet hat, außer im Geheimen in seinem eigenen Haus. Keiner hat sich getraut, öffentlich zu beten. Wenn wir öffentlich beten, passiert uns hier etwas, überhaupt nichts. Aber in der damaligen Zeit, niemand hat sich getraut, außerhalb des Hauses zu beten. Und hört zu, was der Gesandte Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, über die Ghuraba gesagt hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Der Islam hat fremd begonnen. Und er wird genauso fremd werden, wie er begonnen hat. Er wird wieder so fremd werden, wie er begonnen hat. Darum toba für die Fremden. Allahu Akbar. Subhanallah, was ich besonders an dieser Religion liebe, liebe Geschwister. Allah, wenn er uns klar macht, dass wir geprüft werden, dass unser Leben eng gemacht wird, dass es schwer ist für uns. Gleichzeitig zeigt er uns aber auch was auf den, den, den Lord. Fatouba lil Ghuraba. Touba bedeutet, in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmed, na. Ein Baum in Al-Jannah, unter dem ein Reiter, wie lange reitet? Hundert Jahre unter seinem Schatten. Allah Akbar. Wenn wir darüber reden, ein Baum in Al-Jannah, das heißt, du bist wo in? In Al-Jannah. Oder Touba bedeutet Al-Jannah selber. Oder Touba bedeutet As-Sa'ada, die Glückseligkeit. Such dir aus, was du willst. Touba lil Ghuraba. Darum Touba für die Fremden. Und dann wurde er gefragt, weil die Sahaba wollten dazugehören. Er wurde gefragt, Wer sind diese Fremden, oh Gesandte Allahs? Sallallahu alaihi wa sallam. So antwortete er ihnen. Das sind diejenigen, die Gutes tun, die Leute bessern, unter einen Haufen von schlechten, übles tun, den Leuten unter sich empfangen. Sind wir in dieser Zeit? Es sind, wer? Leute, die das Gute tun, während die anderen das Übel machen. In einer anderen Überlieferung, diese Überlieferung, liebe Geschwister, der Kern ist in Sahih Muslim und der andere Zusatz von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, ist bei Sheikh al-Albani in Silsila al-Sahihah aufgeführt. Dann haben wir eine andere Überlieferung. Diese ist bei Imam Ahmad und al-Tabarani. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er gefragt wurde, was ist Touba, wer sind die Ghuraba, wer sind die Fremden? Er sagte, Es ist ein Volk von rechtschaffenen wenigen Menschen. Von wie viel? Von rechtschaffenen wenigen Menschen. Die unter einem zahlreichen, das heißt großen, übles Tunen sind. Diejenigen, die sich ihnen widersetzen, das heißt nicht bereit sind, ihnen zu folgen, sind mehr als diejenigen, die ihnen folgen. Schaut, wie viele Leute du zum Islam aufrufst. Und den Leuten ist die Wahrheit klar. Und trotzdem lehnen sie es an. Das merkwürdigste, was ich gehört habe von einer Person. Er sagte, ich weiß, dass euer Islam die Wahrheit ist. Aber ich bin nicht bereit, auf den Alkohol und die Frauen und die Partys zu verzichten. Allahu akka. Was sagt Allah azza wa jall über diese Leute? Und Allah hat ihn in die Irre mit seinem eigenen Wissen geführt. Subhanallah, kennen die Leute nicht die Wahrheit. Und diese frohe Botschaft möchte ich heute meinen geliebten Geschwistern machen. Auf euch wartet nichts anderes als das Paradies mit einer Voraussetzung. Ihr habt Geduld bis zum Ende eures Todes. Möge Allah azza wa jall uns nur als stolze Muslime leben und sterben lassen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, Subhanallah. Allah hat uns darauf vorbereitet, dass der Weg schwer sein wird. Inna allazina ajramu kanu minna allazina amanu. Yad hakon. Wahrlich, die Verbrecher pflegten über die Gläubigen zu lachen. Heutzutage wunderst du dich, dass ein Bruder schreiend und weinend nach Hause zurückkehrt. Du fragst ihn, was ist los? Ja, ich wurde komisch angeguckt wegen meinem Bart. Allahu akbar, Allah hat dir das doch gesagt. Das muss doch so sein. Das muss so sein. Warum? Weil diese Leute werden sich lustig machen über uns. Deswegen sind wir die Fremden. Aber die Fremden sind Menschen ganz gleich, wie groß der Druck auf sie wächst. Und ganz gleich, wie schlecht ihre Umgebung ist. Sie halten diesem Druck stand. Und das ist nicht leicht, liebe Geschwister. Stellt euch vor, wie im Volk von einem Propheten. Alle sind gegen euch. Alle sind gegen euch. Und so berichtet uns Allah, Azzawajal, über das Volk von Nuh, Aleyhissalatu wassalam. Sie sagten, Sie sagten, wir sehen dich in einem deutlichen Irrtum. Wer sagt das? Ein Götzendiener, der keinen Verstand hat, der eine Götze anbetet. Er sagt zu einem Propheten, du bist im Irrtum. Was habt ihr die Götze gebracht? Sag es mir. Diese Götze ist nicht in der Lage, sich einen Millimeter zu bewegen. Und dann seht ihr, Leute, im asiatischen Raum, sie stellen eine Götze hin und dann legen sie ihr zu essen. Aber sie ist doch gar nicht in der Lage zu essen. Und soll ein Gott jemand sein, der Essen braucht? Als Ibrahim, Aleyhissalatu wassalam, an einem Tag in den Tempel gegangen ist, um dort was zu machen, alle Götzen zu zerstören. Hat er alle zerstört, bis auf einen. Als die Muschrikun, die Götzen, die nach Sauer geworden sind, dann sagten sie, So verbrennt Ibrahim und verteidigt eure Götzen, wenn ihr doch wahrlich etwas tun wollt. Verteidigt eure Götzen. Ihre Götzen brauchen eine Verteidigung. Braucht Allah eine Verteidigung. Seht ihr, wenn Allah jemanden erniedrigt und schützt eure Götzen, verteidigt eure Götzen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dann hat Nuh, Aleyhissalatu wassalam, 950 Jahre nichts anderes erlebt, außer ein widersetzendes Volk, ein übles Volk, welches sich über ihn lustig gemacht hat. So hat Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von seinem Volk an ihm vorbeigegangen ist, an Nuh, Aleyhissalatu wassalam, so haben sie sich lustig über ihn gemacht. Er sagte zu ihnen, schaut Ma'izzau und stolz vom Islam, wenn ihr euch über uns lustig macht, wir werden uns morgen über euch lustig machen. Was meinte er mit morgen? Yaumul Qiyam. Macht euch lustig. Wir werden uns morgen über euch lustig machen. Dann hat Nuh, Aleyhissalatu wassalam, ein Schiff gebaut. Wo? An einem Ort, wo es keinen einzigen Tropfen Wasser gab. So haben sie sich über ihn lustig gemacht. Dann haben sie gesagt, Sie sagten, er war ein Gesandter. Jetzt plötzlich ist er ein Tischler geworden. Sie wollten sich lustig über ihn machen, liebe Geschwister. Und diese Leute, die sich über ihn lustig gemacht haben und gesagt haben, was baut er ein Schiff in einer Gegend, wo es keinen einzigen Tropfen Wasser gab. Diese Leute wurden ertränkt in diesem Wasser, an diesem Ort. Allesamt. Allesamt. Nuh wusste, dass er die Anleitung von Allah folgt. Aber diese Leute haben nicht an Allah geglaubt. Und so hat sie die Strafe erfasst. In der Dunya, in diesseits. Und im Jenseits wird die Strafe umso gewaltiger sein. Subhanallah. überlegt, jedes Mal, wenn ein Vater mit seinem Kind an Nuh vorbeigegangen ist, dann sagte er zu ihm, siehst du, das ist der alte Mann, an ihn darfst du nicht glauben. Er ist ein Lügner. Ein Lügner. Deswegen machte Nuh alaihissalatu wassalam das Bittgebet, weil Allah ist ihm offenbart hat. Allah azzawajal sagt, Er sagte, oh mein Herr, lass niemanden von diesen Leuten auf der Erde übrig. Denn wenn du sie übrig lässt, werden sie deine gläubigen Diener in die Irre führen. Und sie werden sie zu sündigen, üblen Kuffar machen. Allah hat das Bittgebet erhört von Nuh alaihissalatu wassalam. Deswegen, liebe Geschwister, um das abzuschließen, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam hat uns beschrieben, wie unsere Beziehung zur Religion sein wird. Er sagte uns in einer authentischen Überlieferung, sie ist bei Abu Dawood, al-Tilmidi und anderen, Er sagte, es wird eine Zeit, auf die Leute kommen. Derjenige, der an seiner Religion geduldig festhält, ist wie derjenige, der an glühend heißer Kohle festhält. Allah. Steht euch vor, wer von euch hat schon mal gegrillt? Alhamdulillah, da mache ich mir keine Sorgen, die Muslime grillen gerne. Du nimmst eines von dieser glühend heißen Kohle heraus. Wie lange kannst du sie in der Hand behalten? Nicht mal eine Sekunde. So sagte uns der Prophet sallallahu alaihi wassalam, derjenige, der an seiner Religion festhält, ist wie derjenige, der an glühend heißer Kohle festhält. Was willst du nach einer Sekunde machen? Dieses aus der Hand werken. Aber du kannst das nicht machen. Warum? Weil dieses Stück Kohle ist deine, ist deine, ist deine Religion. Du musst festhalten. Schmerzt das? Brennt das? Aber der Ausgang ist was? Das ewige Leben im Paradies. Möge Allah, so soll uns allen das Paradies geben. Und ich möchte, liebe Geschwister, mit einem letzten abschließenden Hadith, meine Geschwister motivieren, dass sie an dieser Religion festhalten. Hört diese wunderschöne Überlieferung bei Tabarani und Sheikh al-Albani, sagt in Sahih al-Jama'ah, dass sie authentisch ist. So sagt der Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, inna min waraikum, zamana sabr. Vor euch liegen Tage der Geduld. Lil mutamassiki fihi ajru khamsina shahidam minkum. Allahu akbar. derjenige, der in dieser Zeit an seiner Religion festzelt, bedeutet an der Sunna, so wird er den Lohn von 50 Shahid, 50 Märtyrern bekommen. Von wie viel? 50 Märtyrern. In einer anderen Überlieferung von 50, sahabah. Das ist der Lohn. Jedes Mal, wenn du mit deinem Bart rausgehst und vergess ihn nicht zu Hause, nimm ihn immer mit. Ist nun problematisch bei Suppe essen, aber sonst klappt das. Alhamdulillah. Machst du dein Bart unter die Decke oder über die Decke, wenn du schläfst? Jedes Mal, wenn du herausgehst mit deinem Bart und Leute lachen über dich, worüber solltest du nachdenken? Über den Lohn von? Von Allah Azzawajal. Von 50 Shahada. 50 Märtyrern. Jedes Mal, wenn die Schwester mit ihrem Hijab oder Niqab rausgeht, möge Allah Azzawajal unsere Schwestern schützen und sie bewahren vor den üblen Islamhassern. So sollen sie wissen, sie bekommen den Lohn von 50 Sahabah oder 50, 50 Shahada, 50 Märtyrern. Und abschließend eine wunderschöne Aussage von Bilal Ibn Sa'ad. Rahimullah Ta'ala, einer der Schüler, der Schüler der Sahabe. Und das war in einer Zeit, liebe Geschwister, wo der Islam eine Izzah hatte, ein Stolz hatte. Und in dieser Zeit war die Luft der Sunnah noch zu riechen. Dieser sagte zu dieser Zeit, man lam yash'ul bil gurba falaysa ala Sunnah. Derjenige, der nicht das Gefühl hat, dass er ein Fremder ist, so ist er nicht auf dem Weg der Sunnah. So ist er nicht auf dem Weg der Sunnah. Das heißt, wenn du keine Probleme hast, du bist nicht auf dem Weg der Sunnah. Ich erinnere mich daran, dass ein Vater zu seinem Sohn gesagt hat, der praktizierend war. Er sagte zu ihm, es ist mir lieber, dass du kriminell bist, als dass du ein Salafist bist. Was meint er mit Salafist? Dass dieser überhaupt seine Religion praktiziert. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Es ist mir lieber, dass du kriminell bist, als dass du ein Salafist bist. Wisst ihr, dass wir Schwestern haben? Sie ist die einzige im gesamten Dorf, wo sie lebt, die ein Kopftuch hat. Die einzige. Und sie hält daran fest. Wisst ihr, dass es Brüder gibt, die von allen Behörden bekämpft werden, einen Tag, einen Tag aus. Und diese sie schikanieren. Sie können nicht 50 Meter machen, ohne, dass diese Behörden sie schikanieren. Und sie halten das aus. Und ich will euch sagen, das liegt nicht daran, dass diese Leute gut sind. Wer gibt ihnen die Kraft? Wer gibt ihnen die Geduld? Warum? Weil Allah in ihren Herzen sieht, dass sie nichts anderes sehnlicher begehren, als den Islam. Alhamdulillah. Du solltest dir Sorgen machen, wenn du keine Probleme im Leben hast. Was sagt Bilal ibn Sa'ad? Wer nicht diese Fremde spürt, so soll er wissen. Er ist nicht auf dem Weg dessen. Wie oft sitzen wir in Familienkreisen, sie lästern und tratschen und lügen und behaupten, wenn du ein Wort sagst, sind alle gegen dich. Sahil, alle sind gegen dich. Aber was hast du ihnen nur gesagt? Dass sie das Verbotene unterlassen sollen. Subhanallah, du bist in einer Firma, du arbeitest dort, du machst deine Arbeit gut, dann sehen sie zum ersten Mal, dass du betest, alle sind gegen dich. Es sind Leute, die den Islam hassen. Ihr sollt das wissen, ihr sollt das, liebe Geschwister, verstehen. Diese Leute hassen den Islam. Deswegen sagte Allah Azza wa Jal im Koran Al-Karim und ich muss mich entschuldigen, mein Endwort sollte mit dem Hadith sein, aber eine Ayah ist auch natürlich bei uns am geehrtesten. Allah sagt Mutu wie Raidikum. Stärkt an eurem Gold gegenüber den Islam. Stärkt an euren Hass gegenüber den Islam und einer damals in England, ein Priester hat sich verbrannt, weil er gesehen hat, dass seine Kirche leer ist und die ganzen Kirchen zu Moscheen umgewandelt werden. So hat er sich verbrannt und einen Abschiedsbrief geschrieben, ich konnte diesen Hass gegenüber den Muslimen nicht mehr aushalten. Er hat sich verbrannt. Und das war in der Dunya und Yawmul Qiyama ist das Feuer. Umso gewaltiger möge Allah uns bewahren, uns beschützen und uns nicht von dieser großartigen Religion abrücken lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Aschaitan? Möge Allah mir vergeben. Subhanak Allah behamdik Ashhad an la ilah illa an astaghfir wa at huble Allah ma salih wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barak la fikum muts akum lach wir wollten eigentlich nichts zu lange machen wie lange haben wir gemacht also wie was mantel trem we hm r k отв r r r r r p